Oh, hallo. Willkommen in meinem Zoo. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Moment, stopp. Geben Sie mir erst etwas Geld. Ich brauche von Ihnen Eintrittsgeld. Okay, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie Sie sehen können, habe ich es wirklich geschafft. Ich habe nun meinen eigenen Indoor-Zoo. Wach auf, du dummes Stück. Er ist so süß. Oder etwa nicht? Okay, folgen Sie mir nun zum großen Gehege und ich zeige Ihnen, wie es den anderen Tieren dort ergeht. Folgen Sie mir. Schauen Sie hier. Das ist mein neues Gehege. Da ist ein Zebra, ein Pinguin und ein Gorilla. Wie Sie sehen können, lieben alle Tiere die bunten Plastikbälle. Wie Sie sehen können, leben... Dank Schlafpatronen schlafen die Tiere nun friedlich und fest. Es ist so schön, seinen eigenen Zoo zu haben und Sie sind alle herzlich eingeladen. Nun werde ich Ihnen zeigen, wie das Tagesgeschäft in meinem Zoo so abläuft. Folgen Sie mir. Juhu. Hier sind wir wieder, meine Freunde. Während die anderen Tiere gerade dank meines Betäubungsgewehrs schlafen, werde ich nun vorsichtig die kleine Echse aufwecken und ihnen in das Gehege der anderen Tiere stecken. Weil alle Tiere einander ganz doll lieben. Okay, wecken wir den Leser ganz vorsichtig und leise. Steh auf. Los. Steh auf. Steh. Komm da raus, Kleiner. Komm da raus, Kleiner. Ja. Du bist ein guter Junge. Du bist ein verdammten... Okay. Komm mit mir, großer Junge. Komm mit mir. Diese Echse ist ein sehr harmloses und friedliches Tier. Es wird perfekt mit den anderen Tieren im Gehege harmonisieren und sich mit ihnen sehr gut verstehen. Das könnte jetzt ziemlich gefährlich für die Echse werden. Aber immerhin sind wir ganz stolz darauf, diesen Zoo zu führen. Und alle Tiere sind zu hundertprozentig glücklich hier. Ich würde sagen, nach einem kurzen Schnitt sehen wir uns wieder, wie ich die Tiere fütter und versuche sie zu vermehren. Hui. Okay. Wie Sie sehen können, sind alle Tiere verdammt glücklich hier. Schauen Sie sich diese kleine Echse an. Sie liebt es, hier zu sein. Sie ist sehr glücklich. Nun werde ich die Tiere füttern. Diese Nahrung ist perfekt für die Tiere. Sie lieben die kleinen Weingummiburger. Da sind alle Nährstoffe drin. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Äh. Ah. Hilfe. 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 Ich sterbe. Sie beißen mich. Oh mein Gott. Ah. Hilfe. Nein. Ah. Okay. Da sind wir wieder. Mein neuer Angestellter Donald und ich werden uns nun um die Tiere... So wie es aussieht, muss ich das wohl alleine erledigen. Schlaf gut, Donald. Gute Nacht dir. Wie Sie vielleicht sehen können, habe ich nun mein Mediziner-Outfit an. Ich werde mich nun vergewissern, dass alle meine Tiere gesund und glücklich sind. Wir müssen nun ganz vorsichtig vorgehen, denn das sind sehr gefährliche Tiere. Wir müssen uns leise und vorsichtig bewegen. Zuerst werde ich einen Blick auf die neue Echse in diesem Gehege werfen. Die anderen Tiere bitte zurückbleiben. Bitte Abstand halten. Hallo mein Kleiner. Na, ich hoffe dir geht's gut. Wie Sie selber sehen können, fühlt sich diese Echse hier sehr, sehr wohl. Ich hoffe euch geht's... Ah. Oh mein Gott. Hilfe. Ah. Ruf doch jemand. Hilfe. Hilfe. Aua. Ah. Das tut weh. Hm. Ah. Oh. Wie Sie vielleicht sehen können, ist es viel zu gefährlich, einen eigenen Zoo zu Hause zu betreiben. Ich glaube, ich spiele lieber wieder mit dieser App. Und sie verschwinden nun bitte. Go. Okay. Das war wieder ein ziemlich cringiger Real-Life-Part. Ich ziehe erstmal diesen lächerlichen Hut aus, meine Freunde. Ich schwitze da schon drunter. Wir sind hier wieder zurück bei Zoo Evolution. Und wie ihr sehen könnt, meine Freunde, mein glorreicher, artgerechter, wunderschöner Zoo hat es geschafft. Er ist riesig. Schaut ihn euch an, Leute. Schaut ihn euch mal an. Und bitte guckt euch das ganze Cash hier an. Wir sammeln das ganze Cash einfach mal ein. Und die Money droppen. Oh. Dein Zoo hat sich stark verbessert. Jetzt verfügbar. Die Schildkröten-Torte. Na, Walls. Na, Walls. Swimming in die. Alter. Unterhaltung. Was geht? Ja, genial, Leute. Genial. Und nochmal 2500 Futter. Ja, Mois. Die nehmen wir natürlich direkt mit. Gestohlen. Keine Spur. Erst entkommen. Ich glaube, wir haben es mit einer Profi-Situation. Ich weiß nicht, glaube ich, beim nächsten Mal noch noch vorbereitet. Irgendein Penner hat bei mir Geld geklaut. Hallo. Boah, Leute. Was geht hier gerade ab? Ich mache hier gerade das Cash meines Lebens, Alter. Ich bin in dieser App deutlich erfolgreicher als im echten Leben. Das ganze Cash ist mein. Nein, nice, nice, nein. 1,5 Millionen, Leute. So läuft das. Ich würde sagen, Leute. Ich habe nämlich noch ein paar kleine Überraschungen für euch. Und zwar, Leute. Achtung. Breaking News. Breaking News, meine Freunde. Das Refi gibt es jetzt für 24 Stunden. Mit dem Code. Free Refi. Für 24 Stunden. Gratis. Es gibt es gratis. Normalerweise kostet es 500.000 Coins. Und jetzt kriegt ihr es eigentlich gratis. Das heißt, ihr müsst euch jetzt direkt diese App am besten runterladen, falls ihr das Tier haben wollt. Dann kriegt ihr das gratis. Dann könnt ihr das gratis in euren Zoo hinsetzen, meine Freunde. Normalerweise kriegt man das erst am Level 20 und es macht eine Menge, Menge Cash. Des Weiteren, meine Freunde, gibt es nochmal ein kleines Revinz-Zeit-Startup-Paket. Nämlich der Code Revinz-Zeit, meine Freunde. Gebt euch einen Wolf. 400 Zoo-Dollar. 20.000 Nahrung für die Tiere. Und 200.000 Zoo-Coins. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich hier nochmal richtig fett was dazugekauft. Ihr müsst euch unbedingt, wie gesagt, mit dem Code Free Refi das Refi holen. Ich versuche das jetzt mal. Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt schon geht, Leute. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Free Refi. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt schon funktioniert, weil normalerweise sollte der Code noch nicht aktiviert sein. Warten wir mal ganz kurz. Und akzeptieren. Oh nein, ich kann es noch gar nicht benutzen. Das heißt, ich kann es euch noch gar nicht zeigen, weil ich noch nicht Level 26 bin. Das ist das Gute, meine Freunde. Ihr könnt es jetzt selber ausprobieren. Das heißt, ihr könnt euch das Ding jetzt quasi selber runterladen. Ist aber egal. Dann setzen wir jetzt einfach mal ein paar andere Dinger in. Dann möchte ich auf jeden Fall ein Unterhaltungsgebäude bauen, weil ich das eben auch bekommen habe. Unterhaltung. 22.000, Leute. Ist nichts für mich, Alter. Ist nichts für mich. Setzen wir direkt hier vorne hin, Leute. Und das dauert einfach drei Stunden, bis es gebaut ist. Ich habe auch nicht mal genug Geld, um das schneller zu beschleunigen. Ja, schade, Leute. Wenn ich jetzt ein Starterpaket einlösen würde, hätte ich das natürlich. Aber leider bin ich ein dummer Affe und weiß nicht, wie das geht. Vielleicht kann ich ja mein eigenes Starterpaket einlösen. Warte, ich versuche das mal. Wir gehen mal ganz kurz hier auf mein Profil drauf. Gehen mal ganz kurz hin und geben den Code REWINZEIT ein. Vielleicht klappt das ja. Ich meine, ich habe den zwar schon mal eingegeben, aber vielleicht habe ich ja nochmal Glück. So, REWINZEIT. Akzeptieren. Yes, boi. Es hat funktioniert. 1,8 Millionen. Shish. Was geht? Der Rubel rollt auf jeden Fall, Leute. Das heißt, wir können mal ganz easy hingehen und das Unterhaltungsgebäude mal ein wenig beschleunigen. Da ist es, Leute. Und wir eröffnen es. Bam. Ich habe ihn den Eindring. Er hat Bananen gefuttert. Der Eindring war ein Affe. Ich wusste es. Die Affen machen die ganze Zeit nur Kacke. Hol dir den Gegenstand Penguin-Kostüm. Hol dir den Gegenstand Panda-Kostüm. Wahrscheinlich läuft es so, wie die Alimateuren würden. Wollen wir die verkleiden? Du wirst schon sehen. Die Kinder werden es lieben. Na gut. Dann gehen wir kurz auf unser Unterhaltungshaus und setzen auf jeden Fall jetzt hier ein mit dem Panda-Kostüm und einem Penguin-Kostüm hin. So, meine Freunde. Zack. Räum mir direkt das Cash-Up und weiter geht's. Okay. Ich bin Dr. Shell, Mann. Ein wissenschaftlicher Berater. Ich nutze Wissenschaft, um auf uns zu die nächste Ebene zu bringen. Bau ein Labor und lass die Evolution beginnen. Wir können endlich Tiere klonen. Ich hoffe, dass meine Nachbarn das hier gerade nicht sehen, weil das ist wirklich extrem peinlich, was ich hier tue. Gut. Labor. Mäus. Ich bin doch nicht Level 17. Willst du mich flachsen oder was? Ich kann kein Labor bauen. Was willst du von mir? Gib 50 Mal Futter an irgendein Tier. Hol irgendein Tier. Dann füttern wir einfach mal die Affen. Auch wenn ihr so dreist gewesen seid, meine Freunde. Barbo-Affe muss auf jeden Fall wachsen. So, pass mal auf. Was? Hier fehlt Futter. Ah, ah, ich hab kein Futter. Egal, dann füttern wir einfach den Affen hier. So, 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 so. Ähm, ja, gut. Wir sind absolut pleite. Wir haben kein Futter mehr, Leute. Ich glaube, das läuft auf jeden Fall gar nicht gut. Hier habe ich dann jetzt schon genügend Futter hier gegeben. Keine Lieferungen. Das kann nicht sein. Unsere Shops werden nicht mehr beliefert. Wir müssen alles wieder aufschrauben. Schnell suchen Shops mit der Aufschrift leer. Und ja, machen wir mit. Machen wir mit. Machen wir mit. Machen wir mit. Leer, leer, leer. Hier, leer. Und was ist noch leer? Was ist noch leer? Leer, komm schon, komm schon, komm schon. Leer, äh, leer. Oh Gott, das ist, ich muss hier, ich muss hier gerade richtig reinklicken. Hallo, hallo, hallo. Meine Shops werden nicht beliefert. Leute, ich will nicht pleite gehen. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade mein Action-Game hier. Da, da, da. Was haben wir hier draußen? Die können nicht leer gehen, ne? Das sind ja gar nicht meine, genau. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Die Lieferkette wurde unterbrochen. Leute, das darf aber nicht sein. Ähm, die beiden sind auch leer. Hier, zack, zack, zack. Boah, Leute, das ist aber jetzt hier, äh, natürlich jetzt hier ziemlich spannend, Alter. Den, 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 den. Okay, okay, okay. Bitte nicht leer sein, liebe Shops. Ich brauche doch mehr Geld, um meinen Zoo zu versorgen. Ja, bitte. Ich möchte das Refi kaufen. Darauf spare ich gerade. Ich muss dabei erst mal Level 21 sein, aber sobald ich heute Abend den Code einlösen kann, werde ich das machen. Falls euch gerade wundert, warum ich den Code nicht einlösen kann. Dieses Video ist vorproduziert. Äh. Gut, okay, ich muss, ich muss ja meine Quest beenden, Leute. Ich habe gerade keine Zeit für irgendeinen Dürf. Was nicht? 16 Sekunden noch, meine Freunde. Die Zeit brennt. Die Zeit brennt, meine Freunde. Ich habe gerade richtig auf den Tisch gesabbert. Ich hoffe, man hat das nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott. Unglaublich. Du hast alle Shops ohne Probleme beliefert. Ja, jit. Ja, wer ist der Boss, meine Freunde? Ich bin's. Herr T-Lieb, der Typ von Benjamin Blümenschirm. Man kennt ihn, Mois. Ich bin's. So. Mit dem Code Revenzeit, wie gesagt, gibt es einen Wolf. 400 Zodollar, 20.000 Nahrung, Mois. Und nochmal 200.000 Cash auf die Kralle, Leute. Aber viel, viel wichtiger ist, der Code FRIREFI geht nur 24 Stunden. Dann kriegt ihr nämlich diese wunderschöne und cute kleine Gestalt. Also holt es euch, meine Freunde. Holt es euch auf jeden Fall. Das war es von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, smash den Like-Button da oben. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, muah.